Das war doch kein Skepfehl hier gequackt. Lauf! Lauf! Alter, seid ihr bescheuert? Oh, die Idioten schon wieder. Ach Mann, hört doch auf und immer neid, Alter. Gibt's denn auch mal einen anderen? Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze, wieder am Start. Und jetzt müssen wir, ähm, ja, was müssen wir denn eigentlich? Hab ich schon wieder vergessen, Alter. Gerade hab ich's noch gewusst. Wir müssen runter ins Warehouse, unten in den Bunker. Müssen wir bloß aufsuchen, das Teil. Und wir müssen... Ach ja, die zwei Tanks markieren, die hier rumstehen. Da haben wir eigentlich gleich... Was? Da haben wir gleich einen hier hinten. Das passt ja wunderbar. So, Pflanze. So, jetzt... Die Trottel. Zinnerefeier. So, wollen wir jetzt dann erst in den Bunker? Was haben wir für Exits? So, wenn wir mal noch... Das hab ich nicht, die zwei Bunker hermätig vor. Ich würde sagen, wir gehen erst hier runter in den Bunker. Und dann gehen wir rüber zu dem anderen Tank und markieren... Nein. Das war das. Scheiße. Vorne meiner Waffe hatte ich ein Licht, ja. Das läuft nicht. Ich würde eh lieber hinten in den Bunker hier reinlaufen. Müssen wir aber aufpassen. Das letzte Mal, als ich unten war, gab es eine Überraschung. Da waren viele Sistren, die mich wirklich zwiebeln umgelegt haben. Hat der eine die Granate überlebt? Das glaubst du doch nicht. Wie die da standen, die Aussteigen. Ja, ich würde den hat es nach vorne geschickt. Ich würde mich bei dieser Zeit tragen, Ja, ich möchte meinen Tag geben, Ja, ich würde es nach vorne schießen. Da bin ich mit mir, aber ich mache es nach vorne. Nach vorne spüren. Ich würde es nach vorne gehen, Nein, ich würde es nach vorne gehen. Ich würde's nach vorne gehen. Ja, ich würde es nach vorne gehen, Ich würde es nach unten gehen. Bis zum Plan Mai. So, gib her und einen Helm, du Strolch. Oh, ja, die brauche ich. Nein, Junge, was machst du denn schon mit einer M4, Junge? Und hier, die Macs, Alter. Junge, da kommen dir ja die Tränen. Die Perl. Wieso? 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 dass ich den nicht umgenäht habe da hinten da sind wir noch ganz dicht sagen diese arschgeigen das ist das ist das ist das ist Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, weg sind sie, die Arschlöcher. Alter, und er hat Flaschettis. So, weg sind sie. 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 Das war's für heute. Was ist mit ihm, Alter? Das ist schon wieder ein Schoffelfrater, der Idiot. Was ist mit ihm, Alter? Was ist mit ihm, Alter? Irgendeinen hat mir den Schlüpfer blutig geschossen. Den Ding springe ich da nicht mehr nach. Dann liegen sie hier wie gestreut. Wie viele Schlüssen ich hier in den paar Tagen schon gefunden habe. So viel habe ich in meinen ganzen letzten Vibes nicht gefunden. Was habe ich noch mit, was habe ich noch mit. Definitiv nicht, kann ich verkaufen, für billig Geld. Ich sehe noch, ich bin 70.000. Wir haben zwei Quests geschafft. Geil. Scaf, Jusek, Jusek. Habe ich einen Jusek erschossen, den ich nicht gelootet habe? Ach ne, ich habe ja seinen Doctick rausgefeuert. Ja, ein Raider. Ach, ein Guard. Genau. Ein Guard. Ah, okay. Ein Guard sogar von dem. Knilch. Naja, da wäre ich jetzt mit Abgabel Lover 22.